Äh, ATC Tower drin Drinnen, ja? Ja Okay, ja gut, aber dann können wir ja theoretisch reingehen erstmal, oder? Oder rangehen ans Gebäude Er hat gerade die Tür aufgemacht, pass auf, wer ist im Haupteingang Ach so Ja Jetzt wollte ich gerade mal ein Sandwich essen, Alter Scheiße Dann kommt da so ein Typ rausgepusht, ey Oh, das geht natürlich gar nicht, dass du dich dabei unterbricht, Bro, wahrscheinlich, Bro Ich seh ihn jetzt gerade nicht Wahrscheinlich geht da rein, kannst du nicht reden, oder wat? Wahrscheinlich schon, ja Hello? Lass mal hingehen Ich meine, theoretisch kann er ja nicht viel machen von da drinnen, ne? Außer, also ich wäre jetzt hier safe, solange er nicht oben rausguckt Was er nicht tut Yes, yes, yes You are friendly Hallo Hey, you friendly? Sure Ich geh zur Tür Yeah, you scared me, man Okay, ich seh ihn, ich seh ihn Was ist dein Name, Bro? Oh, fuck Zombie Okay, von Deutschland Ja, vielleicht Patrice, you can speak German Ah, nice, okay Können wir uns ja auf Deutsch unterhalten hier Ja, sag mal, was wir da machen? Wollt ihr mich jetzt abknallen, oder? Na, ich würde sagen, wir kriegen das Sag mal, was denkst du von uns? Wir kommen einfach mal rein, ne? Ja, komm, wir kriegen das friendly, okay? Okay Moin Ich steh hier in der Ecke Wir knallen dich nicht ab Das können wir gerne machen, aber das ist nicht unser Stil, das ist nicht unsere Art Okay, okay Wir spielen das Richtige, Daisy, mein Freund, keine Sorge Ja, Mann Das ganz Richtige mit nett sein und brauchst was zu essen Wir sind keine Kill-Onsider Ich hoffe nicht, weil wir können ihm nichts geben Ja, in dem Sinne würde ich sagen, nehmen wir den Kollegen mal mit, oder? Auf jeden Fall, Mann Ja, und by the way, willkommen bei Daisy 19 Uhr, Digga Wahrscheinlich, Digga Am Dienstag Ja, natürlich nicht herzlich willkommen, liebe Leute hier natürlich Und, äh, ich weiß gerade nicht, was er redet Aber ich würde sagen, wir ziehen mal Ich würde sagen, wir ziehen mal ein bisschen weiter mit ihm Und, äh, äh, ja, legen los, oder was Ja, nice Nice So, es wird Zeit Es wird Zeit, denn die Sonne geht natürlich schon unter hier Genau Der Tag nähert sich dem Ende Da mögen wir dich nicht sagen an der Stelle Ne Was steht denn da drauf? Doch, da steht noch Brian drauf, Mann Wahrscheinlich Brian Jo, mein Lieber Wahrscheinlich Brian Willst du noch jemanden grüßen eigentlich, by the way? So, bevor es dunkel wird Äh, nö, so schnell fällt mir jetzt keiner Ach, irgendwen Irgendwen, komm Ich grüße den Riccardo Riccardo, grüße gehen raus, oder? Nice Sind auf jeden Fall angekommen an der Stelle hier, Linlin Natürlich Denn es wird jetzt dunkel natürlich Und Da können wir leider nicht aufnehmen Nee, das geht nicht, aber es wird bald wieder hell Ja, wir würden jetzt mal zurück nach Balota Und da müssen wir die Nacht abwarten Irgendwo im Prison oder so Kannst gerne mitkommen Vor mir irgendwo, vor mir irgendwo Schüsse Richtung Tech-Gebäude Ja, ja, ja Das war sehr nah bei mir Hast du jemanden gesehen? Noch nicht, aber das war nicht auf dich, oder? Nee, nee, das war nicht auf dich und auch nicht auf mich Nee, das war fast irgendwas anderes Ich hoffe mal, dass sie uns jetzt hier noch nicht sehen Obwohl überall Alles gut, alles gut, alles gut Obwohl überall, wo man erhöht wäre, müsste eigentlich safe sein Wir können uns eigentlich nicht sehen von hier Auf dich? Nein, 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 immer noch nicht Okay, ich sehe einen hinterm Tech-Gebäude Ich glaube, die schießen auf Zombies Das ist nicht okay, das ist nicht friendly Nein, noch keine, Achtung, links vom Tech-Gebäude Hinten Siehst du schon die ersten Zombie-Leichen? Ich sehe noch keine, ehrlich gesagt Aber ich bin jetzt am Zaun quasi, an der Küste Okay, die sind zu zweit, einer mit gelbe Hose Ich sehe sie, ich sehe sie Die Frage ist, ob die friendly sind Weiß ich nicht Ich weiß es nämlich auch nicht Die aimen irgendwie in deine Richtung vielleicht Pass auf Oh nein, Alter, echt? Du hast recht, ich sehe sie auch nicht mehr Ich glaube, die verfolgen mich, oder? Kann sein, dass sie dich verfolgen Nee, es kommt doch so ein scheiß Zombie auf mich, Alter Shit, also ich sehe sie jetzt nicht mehr? Ich auch nicht Scheiße Was machen wir? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht Oh, die pushen mich, die pushen mich, Bro Scheiß, 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 von wo? Hinter mir, hinter mir Außen? Ja, ja, außen Einer hat auf jeden Fall einen Hit Nice, nice, nice Hat noch einen Hit, noch einen Hit Hat noch einen Hit Einer ist am Boden Okay Ist jetzt dead, ist jetzt dead Okay, einer war noch, einer war noch hinter mir Komplett schwarz gekleidet Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß Alter Lass mal ganz außen rum gehen Alter Alter Nein, 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 nein Hast mir gerade meinen Arsch gerettet, Mann, danke Ja Alter Wenn ich er wäre, würde ich jetzt außen rum gehen, ne? Ja Wenn ich er wäre, würde ich mich verstecken mit diesem Gammel Equipment Ach so Das ist natürlich auch eine gute Idee hier Der hat noch einen krassen Stuff gehabt, glaube ich Wenn ich die gelesen wäre, hätte ich geredet, wenigstens Ein Plan Ich meine, die haben ja gesehen, dass ich wegrenne, oder? Das ist der, der jetzt noch auch lebt Na toll Wir stehen hier nicht so geil, ne? Hättest du nicht einen anderen töten können? Ja, gut, das kann man sich natürlich nicht immer aussuchen hier in der Daily Standalone Lass mal vielleicht außerhalb des Geländes suchen, oder? Ich fühle mich hier gerade nicht so wohl, muss ich sagen Boah, bin ich am Sweden jetzt, ey Normal hier natürlich Ja, ein bisschen angespüriere ich schon heute, Alter, ich weiß auch nicht Wo bist du? Nach hier Ja, komm mit, Mann Alter, hast du gerade meinen Arsch gerettet, ey Holy Moly Boah, ich hab wenig Bock jetzt, um die Ecke zu gehen, oder so, ne? Ich hab wenig Bock zu sterben, ne? Aber der könnte in jedem Busch hocken Könnte in jedem Busch hocken, pass auf, Mann Oh, nee, jetzt kommen jetzt diese verdammten Tricks zu uns wieder, ey Au! Dass keiner eine Waffe draußen hat Ja, Unfälle passieren natürlich Was ist? Ich verwirr mich kurz Ja, mach das, ist safe hier Ja, ich blute, Mann Du bist instant grau in dem Game Scheiße! Alter! Ne, ist down, ist down, ist down M4 natürlich hier, hartes Gerät Ey, was machen wir, ich weiß halt nicht, wo der ist jetzt Du, ich auch nicht Warum? Es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn gerade Ein Zombie kommt Ein Zombie kommt Das ist immer zurück zur Leiche, oder? Dass wir da vielleicht ein bisschen hin snipen können Ja Okay, wir machen, let's go Dass den Staff zumindest jemand anderes bekommt Okay, wir gönnen natürlich keinem was hier Außer Linlin, der immer noch nicht angenommen hat Ach stimmt, by the way, ja By the way, Leute Es gab einen Solar Restart Ja, Trader-Update 2 KB 2 KB war In Prime-Zeit-Zeiten Oh Prime-Zeit-Zeiten Prime-Zeit-Zeiten, ja, na klar, Mann Und Linlin ist dementsprechend nicht mehr gejoint hier natürlich Doch, ich glaub schon, ich hab ihn in der Liste gesehen Aber er hat jetzt noch nicht wieder angenommen hier, für die Gruppe Ach so, oh, ich wusste, ey, diese verdammte Zombies Okay, ich glaub, der hat noch nicht gelootet Boah, das ist echt scheiße hier, ganz ehrlich Ey, ich glaub, der hat sich versteckt, ne Ich glaub, der wartet irgendwo Würde ich an seiner Stelle auch machen, ganz ehrlich Und will uns dann Irgendwie aus dem Hinterhalt töten Wie machen wir das eigentlich immer? Dass wir irgendjemanden killen und dann doch in ne schlechte Pose wiederkommen Ist echt so, vielleicht hätten wir die pushen sollen einfach Ja, vielleicht schon, ne Sollen wir zu den Containern vorpushen? Ja, können wir machen Oder das Gebiets ein bisschen sichern Wahrscheinlich sichern, oder? Das ist halt immer das Ding, ne Wir sind halt ein bisschen friendly eingestellt Und dann schießt man dann nicht direkt Ja, pass auf, das vor uns ist nur gecraftet, ne Ach so Ach, halt die Baggen Ja, alter kleiner Gag hier, Insider Wer die Folge noch weiß, also Schreibt's doch mal in die Kommentare Ich geh rein, ich geh rein Wo rein? Ach, hier in die Container, Alter Mein Container war Really? No damage Hab ihn, hab ihn, hab ihn No damage Das ist unmöglich Alter Nice Oh mein Gott, da war halt echt drin, ne Ja Oh mein Gott Ich raste aus No damage, ganze Smack drauf, ne Ich raste aus, ich versuch alles dasselbe Was ist dir wichtig? Alles Ach so Oh So, Leute So, liebe Leute Da ist er zurück Unser Na klar, du hast hier den Fighter Bordauftrag hier vollbracht Natürlich, hier findet man natürlich den ganzen Staff wieder von vier, ne, drei Leuten Ja Vollekypter Im Ernst? Da wo die Leiche stand Gibt's doch nicht, Alter Hier aufs Dach Am roten Container war der gerade Oh mein Gott Was gibt's doch nicht? Ich wollte grad was zeigen, Alter Es ist da wieder einer Ach du Scheiß Am roten Über den blauen, oder was? Ah ja, ich seh nicht sehen Warte, warte, ich mach Scope Wo ist mein Scope? Ach, fuck off Ready? Bist du ready? Wo ist denn der? Ich bin theoretisch ready, ja Ich seh ihn nicht mehr Den grad auch nicht mehr Ich hab ihn grad, genau da jetzt läuft er da rum Dahinter, ja Der weiß, dass wir hier drin sind wahrscheinlich Ich weiß es nicht Ich glaub, er ist jetzt hinter den Containern Ja Oh, ich hab ganz schlechte Sicht grad Ich guck grad durch diese Milchgläser Ich weiß ja nicht, ob der allein ist Er kommt her Soll ich schießen? Hallo Ja, wahrscheinlich jetzt noch hallo, oder? Hallo Hey buddy, what's up? You alright? I'm right, yeah Now I'm Ich seh ihn Soll ich eine Nate runterwerfen? Oh, das wär sick Gefährlich Gefährlich We are inside Are you friendly? Yeah Cool Ist er deutsch? Ja, weiß er nicht Er hat auch keine Waffenhand Sorry, you scared us, man Wo ist er jetzt? Hinter der Mauer Da wo wir standen und angegriffen wurden? Ja What's your name? So you are friendly Das ist important Die sehen leider nicht Ist das Lin oder was? Here from Germany? Yes Ja, das ist Lin Als ob Oh, alles klar Alter, Lin, sag doch was, man Sag doch was, man Jetzt hast du mir schon wieder Angst eingejagt Verständlich Na komm rein in die gute Stube, man Alter Ey, das ist nicht sein Ernst, ne? Ich hab nur gesehen, dass einer gestorben ist von euch und Aber ihr habt euch schnell wiedergefunden, ja? Ja, wir haben die Ja, wir hatten hier zwei Kollegen, die waren nicht so friendly Bedien dich, wenn du was brauchst Warte, ich mach auf Krieg's hier nicht auf, ist verbuggt, das Game ist wieder broken Ja, da liegt noch ein bisschen Loot hinter Guckt euch mal dat an, Leute, was wir hier gefunden haben Es ist das heftigste Item im Game Vor allem mit deinem Hut zusammen passt das echt, als wär das deine Hütte, ne? Das ist meine Hütte, Alter Jetzt zieh ich mal direkt ein, das ist natürlich hier Survival-Feeling pur mit der M4 natürlich in der Hand Oh, die Wiese ist noch im Weg, man sieht dich kaum Krasser Shit Zum Snipern ist das vielleicht gar nicht Oh, ja, das sieht echt gut aus, man Oh, scheiße Oh, scheiße Jetzt wollte ich grad einen Screenshot machen, aber ging nicht, man, fuck Achsss Ja, gut Ja, da haben wir das Zelt auch mal hergezeigt, das war uns ganz wichtig Das haben wir jetzt in einer halben Stunde mühevoll gecrafted, natürlich extra für den Content Ja klar Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn wir das Zelt schon da betrachten, lesen wir auch gleich einen Gag vor, oder? Natürlich, machen wir Achso, da mach du Du starten, nee, fang du an Ach, da mach ich halt Was sagt ein Pferd beim Psychiater? Alle reiten auf mir rum, natürlich, richtig Monaco, mein guter, grüße gehen raus an dich, vielen Dank für deinen Gag an der Stelle hier Achso, an Monaco natürlich Alle reiten auf mir rum, dat is it Ja, wo wir schon bei grammatikalischen Feinheiten sind, habe ich hier natürlich noch einen von Badulai, der natürlich auch immer linguistisch krass unterwegs ist Er schreibt, kleiner Gag, sagt der Sportlehrer, wir fangen mit den Übungen an Daraufhin sagt Ali, es heißt die Übungen Oh shit Der ist echt, der ist halt echt Den muss man, also echt, den muss ich mal aufschreiben, ne? Der braucht ein bisschen, ne? Der muss ein bisschen ziehen noch, ne? Ja, und ich würde sagen, wir mal einen kleinen Kart lassen, den mal ein bisschen ziehen hier, lachen und schlapp und sehen uns gleich wieder Ja, auf jeden Fall, nice Ist der Aufschluss auf uns, oder? Geradeaus zu am Baum ist es, by the way, einer Der ist so rumgeschlichen War das auf uns? Weiß ich nicht Ich finde aber, dann sollten wir hier raus, oder? Das ist nicht die beste Pose eigentlich Das ist jetzt nicht die beste Pose, um irgendein Oh fuck, ich bin fast vor die Flinte gelaufen bei dir Welcher Baum, by the way? Links vor dem Mast Alles klar Ganz oben Ja, Digga Wie will man einen Baum beschreiben, in der ich sie stand lauen, das sieht alles anders aus Ach so, ja gut, dann warten wir noch ein bisschen Da ist er an der Tanne Leider daneben Oh, der Baum ist Stahl, ne? Pass auf, durch den Baum kannst du nicht aimen Der Baum neben der Da sind so kleine Tannen, ja? Ja, genau Hinter dem Baum Darauf ich jetzt hinnehme Ja, der ist jetzt hinter dem Gestrüppten, sieht man nicht mehr Genau, der große Baum mit diesen kleinen Tannen, genau Da war der gerade Okay Der ist jetzt nirgends mehr, der ist wahrscheinlich da rein verschwunden Scheiße, ey Scheiße, Mann Okay, Leute, wir haben uns da in einer langen Krisenbesprechung hier natürlich auseinandergesetzt und gesagt Yo, wir haben keinen Bock mehr, wir pushen jetzt selber Ja, es ist jetzt irgendwie eine halbe Stunde keiner hier in Selenow aufgekreuzt Da oben am Baum haben wir einen gesehen Und ja, da pushen wir jetzt einfach mal hin Ja, wir nehmen mal die Zügel in die Hand, wenn keiner pushen will, dann pushen wir halt Und dementsprechend Ich geh jetzt einfach Ich würd' einfach sagen Querfeld ein, oder? Ich würd' nicht sagen Querfeld ein, weil der natürlich da oben sitzt und vielleicht auch schon hier auf den einen oder anderen Spieler wartet Warte mal, welche Tanne war denn das jetzt? Rip Das sieht man halt wieder von Namen nicht mehr Ja, natürlich sieht die Welt von Namen ganz anders aus Ist so, ja, man sieht sie ganz mit anderen Augen hier Ich push einfach mal hoch da, ich glaub da ist bei der Scheune so Ja, ich kann's jetzt grad auch nicht mehr sagen, aber Scheune ist, glaub ich, schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, ja Ja, das heißt, du hast einen weißen Rucksack gehabt, so wie ich, glaub ich Oh mein Gott, wirklich? Ja, 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 ja Aber gut, das ist so, das ist natürlich jeder, die Sandalone Ah, da ist der Baum noch, das ist der Baum da oben Gerade zu, gerade zu, bist du dicht hinter mir? Ja, passt Weil ich werd' jetzt einfach alles, meine ganze Kraft, meine ganze Energie jetzt in diesen Angriff rein stecken Ja Flugzeug Der hat mich voll abgelenkt Und die holen uns ab, oder? Er guckt bestimmt auch grad zum Flugzeug, let's go Stimmt, ist auch abgelenkt Ich pushe jetzt hart rein Nee, hart rein, oder? Der ist da gar nicht Doch, der ist da irgendwo, safe Oh Gott, gleich bin ich dead Es war schön mit dir, M4 Ja, ich bin hinter dir Ja, es war sehr schön mit dir, Bro Aber mit dir natürlich auch, sorry Achso Ich hab mich von der M4 schon verabschiedet, bist du denn? Achso, du sprichst mit deiner Waffe, natürlich Öh Hä, von links, oder? Ja, von links Auf dich, ja Pfff Es klang so, als wär der nachher eingeschlagen, ja Okay So, alles klar Ja, wir haben ein bisschen den Sniper gesucht, aber nicht gefunden Und ja, jetzt haben wir hier in Seleno wieder einen gesehen Das ist unglaublich, wie die Leute hier rumporten Ja Fühlt, fühlt Ja, da ist der safe in dieser großen Halle drin Und ich glaube, ich weiß auch warum der da drin ist Kann man da nicht aufs Dach und dann in Splissen reinschießen? Nice, one hit Ja, aber du musst halt außen hochklettern, ne? Oh, die ganzen Zombies Die Zombies haben noch Akku da oben Hockt der da oben halt? Das kann sein Hab ihn gehittet, hab ihn gehittet, ist oben drin Nice, 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 nice Versteck dich, er lebt noch Ich beschütze dich Er ist oben drauf, ja? Ja, mach rein, mach zu Ich hoffe, hier darf jetzt keiner drin sein Okay, ich muss mich schnell verbinden Mach, 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 alles gut, alles gut Ich hab alles, ich hab alles Sind Zombies hier drin? Alter So, zack, zack, zack hier Aber ich hab ihm gut einen mitgegeben, ne? Also theoretisch Theoretisch Okay, bin wieder einsatzbereit Äh, brauchst du nichts, ne? Oh mein Gott Ja, das ist natürlich ein bisschen scheiße Morphinstick vielleicht Bist du noch da, Bro? Ja, ich bin noch da Oh, ich bin gemutet aus Versehen, lol Oh mein Gott Ich, ich, ich labia die ganze Zeit Ist Morphinstick noch für dich, ne? Die sind so laut Ja, ja, und hört leider nichts, ne? Kill die Also du hast ihn oben drauf gelegt, ne? Ne, ne, im Fenster Oben Im Fenster? Vom Backsteiner Gebäude? Ja, ja, im Fenster war er oben drin Kann nicht sein Doch Ne, das geht nicht Natürlich geht das Lass gucken gehen Glaub mir Ja, lass gucken gehen Okay, ich wasch vor, okay? Ja, okay Bin ready Der musst du auch, ich bin hart am Humpeln Oh, fuck! Ach, ja doch, doch, stimmt Mein Fehler Ist der noch oben drin? Ja, der ist doch immer oben drin Alter Wer hat ein Typ, ey Okay, lass den holen Ja, reinpushen Okay Warte kurz, ich bin ein bisschen hinter dir Alles gut, wir schaffen das, wir schaffen das Wir schaffen das, natürlich Ach, hier unten rein ist abgeschlossene Tür, ja? Oh mein, im Ernst Wir haben Nates, pass auf Warte, warte, die Oh, die Zombies, Alter Oh mein Gott Ja, das ist jetzt echt ein bisschen negativ, dass die hier rumlaufen Bist du tot? Ja, von irgendwo anders her Oh mein Gott, ja, ich hab Oh, scheiße Dich hat die übelste Sniper weggeramst, glaube ich Ja Wow Standes irgendwo draußen, oder was? Mhm Backstein Hä, wo war denn der jetzt auch? Ah Okay Na, what the fuck? Warnit Warnit Warnit, da war in der Feuerwehr dein Töter Dein Killer Ja, hab ich mir schon gedacht Alter Ja gut, kann man nichts machen Alle ganze Stuff halt jetzt weg, ne? Ja One-Shot, Digga, ich bin hochgerusht Instant One-Shot, man Blackscreen One-Shot von dem, oder was? Ja, der in der Feuerwehr, ja Nice Dann würde ich sagen, ach so Ja, dann machen wir mal einen kleinen Cut Und wir sehen uns wann wieder? Dienstag? Donnerstag, 19 Uhr, Leute Nice Donnerstag, 19 Uhr, Perfekt Tschö, tschö Liebe Leute, das war's für heute mit Daisy 19 Wir haben Dienstag Lief eigentlich ziemlich gut für uns Bis auf das Ende natürlich leider gestorben Durch eine übermächtige Sniper Die One-Shot macht Und ich dann in der Feuerwehr Noch durch irgendeine Waffe Ich weiß auch nicht Auf jeden Fall ist das auch sehr nach One-Shot aus Irgendwie gefühlt Kann man nichts machen, Leute In der nächsten Folge am Donnerstag Und dann geht's natürlich weiter Würde mich über einen Daumen nach oben Sehr freuen, denn wisst ihr wie es ist Und so, YouTube Support Ihr wisst Bescheid Vielen Dank für alles Und dementsprechend bis zum nächsten Mal Euer Luci und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal